Scheidel gegen Thor Imo. Der kann da scheiten und weiten. Und dann bringt er den Puck auf Thibaut. Der One-Timer von Gajowski und Thor für Regensburg. Jetzt vielleicht die Chance. Tom Schwarz nagelt die Scheibe in den Winkel. Graus, vielleicht hat er nicht Platz. Schuss und ein Tor. 6 zu 3. Jeder aus dem Berg. Jeder. Gewingt ab nach Gajowski. Tor für die SBN Regensburg. Powerplay-Dresser. Die Süße von Greto. Ein bisschen offensichtlich, was er davor hat. Jetzt die Break-Möglichkeit. Boah, was ein Save von Arno Tiefensee. Treffer für die Eispiraten. Henry Kaninen, der freut sich. Cabana macht es selber. Cabana. Die Scheibe in den Tor. Aber Freiburg kommt aus dem eigenen Drittel. Wir fahren dort mit der Chance. Und erste Chance für Freiburg. Und das 0 zu 1. Starkverteidigung von Thomas Schwulda. Jetzt der Aufbaupassfehler. Jetzt die Rügel. Kein Euron. Und da schlägt es ein. Zum 2 zu 0.